vielen da nein kein hero 1 euro jetzt rede mal tacheles wie viel ist die maske abzusetzen auf spenden gold also wenn ich irgendwann beschließen wirklich mich umzubringen dann mache ich einen spenden goal das muss dann sehr sehr hoch sein und dann quasi hat er dann quasi für meinen selbstmord gespendet vielen da so noch eine inakzeptabel hd 1 euro nähe also das mit der maske das ist halt so eine sache das wäre ich finde halt diese figur die ich darstelle die wir halten immer existent und dass das wäre dann für mich der grund mit dem ganzen jahr aufzuhören wenn ich ehrlich bin weil es macht dann einfach keinen spaß mehr mir macht es halt einfach nur spaß so eine figur hier darzustellen und und wenn ich die maske abnehmen würde das würde mir den ganzen spaß nehmen das heißt wenn ich jetzt irgendwo geliebt wurde ja das sind ja trotzdem nicht den spaß weil ich sitze trotzdem hier und stelle diese figur dar so aber selber das ganze ohne maske zu machen jetzt ist es aber schon heiß hier ja was soll ich denn sagen willst du wie ich hier schwitze ich habe dann machen wir mal wieder auf den schad